Ein Stück Eis rausgeholt. Er ist draußen, die ist immer noch unten drunter. Ne, umgekehrt. Die kam zuerst. Jetzt hat er den Fisch genommen. Nehmen an, sie wird ihn jetzt irgendwo bunkern. Ja, irgendwo hat sie ihn versteckt. Ja, er ist ja auch ohne viel Schreut gekommen. Also. So. 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 So.